Das war ein sauberer Schuss, ich krieg nur ein Rippmarker, oh ein Mikrometer hatte noch eine Energie gehabt. Ich wusste, dass du über den Flügel kommst und ich es trotzdem nicht gemacht habe. Ja, vor allem rutscht die so durch und hat mich. Genau. Oh, hoch. Bombastisch aus dem Jenseits. Fuck, Mann! Ah, da hinten. Noch einer links. Ja, genau. Immer muss ich da drauf gehen. Rippmarker. Danke, Mann, aber das ist nett. Danke, Mann, aber das ist nett. Erstmal tothauen hier. Oh, was? Ja, natürlich kriegst du mich, ey. Ja, manchmal... Jo, bei uns hinten, naja, ist auch schon wieder einer. Aber ich... Was, nein. Ach, da, ganz hinten. Scheiße. Ja, den krieg ich mit dem Pistels auch nicht. Wie, ich glaube, kann ein Mensch vorbeischießen, ey. Ja, Else, lauf los und mach alle weg, genau. Oh. 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 Tratsch, ey. Wir haben Bravo verloren. Wir haben Bravo verloren. Einliches neonarische Flugzeug... Bei A muss einer sein. Weil die hätte drauf gehen müssen. Ich bin so schlecht geworden. mhm ach schmalker hier ist ich weiß ja ja auf jeden Fall getroffen geil geil ich darf doch stehen du Dreck-Sau oh maaaann was ist denn das? was ist denn das? oh maaaann boah ho ho noch ein Samtex-Abschuss ich werd reich wuuu oh maaaann na klar kommt dann ein zweiter reißt euch zusammen wir können es noch schaffen Dorgel geh hinten rein noch einer oh lol ey oh maaaann bei uns im Raum rechts außen halbzeit okay was ist denn von mir? mashallah hey die KSP ist auch schwierig anzukommen oh seitenwechsel hm nehmt die Ziele ein Feindliches Spionageflugzeug im Anflug B wird gesichert Feind wird Alpha eingenommen C gesichert Hey so die kriegskorberei mit dem gerät ja hat mich noch mal Wir nehmen Bravo ein. Hab ihn. Äh. Ich wollte immer Bruce Willis hören. Ich bin auf eurem Seite. Wir verlieren Bravo. Wir verlieren Bravo. Mäh. Wir haben Bravo verloren. Mann. Und es wird rausgekul وجuelt. Mann. 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 Spionage ab der Flugzeug. Mission 54% Auch einer. Spionage ab der Flugzeug. Wiromonet ellas. Wir kommen jetzt raus. fuck von hinten kam er oh mann kommt ich komm von hinten rein zwei stück ich habe hier ein Geld aufgemacht oder in Position feindliches Geschütz im Einsatzgebiet entdeckt Geschütz bei B aufpassen A hab ich ich hab mal wieder jemanden gequipzt gehobt ich drehe durch das was mich kriegt heute ah klar schön wenn ihr von hinten rein kommt das ist wie ein Hickmarker auf dem Wichser halt haha nicht direkt auf dem Korreken Mh mann ich steh direkt vor hier und klichse dich weg ich find keine nach ein oder fünf Warten hier Schwierige Zeiten erfordern schwierige Maßnahmen Wir müssen das gewinnen. Menno, ey. Ständig werde ich von hinten abgeknallt. Und wir haben verloren. Wir sind die Reihenmünen. Wir sind die Reihenmünen.